Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Star Wars CD Power Battles. Und genau, wir sind immer noch in Coruscant. Das ist ja wirklich heftig jetzt, das Level hier. Das ist wirklich extrem lang, muss ich sagen. Schaut euch das mal an hier. Es ist ja wohl nicht wahr. So viele Gegner. So, bam, 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 bam. So, mach die mal alle weg hier. So, mein Powerlichtschwert. So, bam, bam. So, sehr schön, Leute. Gut, und der ist direkt weg und der hier auch. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir bald am Levelende mal angekommen sind, weil... Das Level hat zwar Style, aber es ist schon extrem lang. Es ist schon extrem lang, muss ich sagen. So, ich finde es doof, dass manchmal echt die Musik hier rausgeht. Leute! Ihr seid doch übertrieben, ey. Ihr seid doch echt übertrieben. Schaut euch diese Masse an. Schaut euch diese Masse an hier. Wie soll ich das denn machen? Als einzelner Mann hier. So. Als einzelner Jedi-Ritter. Ja, gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. So. Und bam, bam. So, danke schön. Genau, manchmal helfen die eigentlich auch, ne? Helfen die einem auch, indem die ihre Freunde abballern. Jo. Und bam. Botz. Sehr schön. So, wo geht's weiter? Da unten geht's weiter. So. Die Grünen. Die Grünen. Die sind ganz schön nervig. Die Grünen. Ja, ja. Wie auch in der Politik. Aber Gott. Äh. Politische Gesinnung möchte ich hier nicht einbringen. Alter Schwede. So, was haben wir jetzt hier? Drohnen. Drohnen. Okay. Die sind ja nicht so schlimm. Die Drohnen. Oh, das ist eine stärkere da hinten. So. Ja, komm Drohne, schieß. Die schießt nicht. Warum schießt du nicht? Drohne, warum ist was los mit dir? Na gut, dann halt nicht. Dann ist die verbuggt oder so. Alter Schwede. Ne, da ist nix. Wo muss ich denn hin hier überhaupt? Ah, nach links. Ah, nach links. Alter. Zuglück hab ich da gespeichert. Ey. Oh Mann. So. Alter. Schon wieder der gleiche Trick. So. Na komm. Na komm. Schieß jetzt. So. So, bam. Weg mit dir. Haben wir es bald mal? Ey, das kann ja wohl nicht sein. Na komm. Na komm. So. Okay. Alter. 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 Oh Mann. Na komm. So. Haben wir es bald. Wie lange sollen wir jetzt noch von Haus zu Haus springen und dann sterben, weil hier einfach so viele Drohnen sind? Oh Mann. Oh. Oh. Alter Schwede. Oh. Warme eines weg. Ist schon mal gut. Oh. Alter Schwede eh. Oh. Und weg. Sehr schön. Gut. Dann nochmal hier ein Power-Up. Sehr schön. Na komm. Die schießt wieder nicht. Naja gut. Was haben wir hier? Alter. Was ist jetzt? Was geschafft oder was? Was ist jetzt los? Ah. Es geht weiter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Es geht weiter. Na toll. Wir sollen einfach nur zum Jedi-Timpel. Verstehe ich schon. Okay. Haben aber einen Credit und volles Leben und volle Macht. Gut. Dann geht es also weiter. Verstehe ich schon. Okay. Dann. Ach. Ja klar. Aber gut. Wir fangen zum Glück wieder hier an. Dann ist das ja okay. Level Coruscant hat also quasi zwei Teile. Ja verstehe ich schon weiter. Ihr seid doch zu. Ihr seid doch bescheuert. Wie lange noch hier rumstiefeln ey. Meine Güte. Jetzt hau ab. Yamachi. Ja. Ja. Und bam. Ja. Die sind ja schnell kaputt. Melkoton. Ja. Genau. Ich will keine Milch. Danke. Was auch immer du mir sagen wolltest. Kollege. Wiege. So. Okay. Und bam. So. Äh. Und bam. Hallo. Was ist denn hier jetzt los? Ey. Das gibt es nicht. Jetzt hör auf. Äh. So. Meine Güte. Alles klar. Da ist sogar noch einer. Nicht übersehen hier. Alles klar. Da sind auch welche drin. Dann hier oben. Und dann. Zack. Zack. Genau. Und dann hier. Bam. Eine Granate. Sehr gut. Da muss ich sogar rein. Da muss ich sogar rein. Ja. Okay. Dann. Die warten da doch schon auf mich da hinten. Und. Ja. Liebe Leute. Dann. Wollen wir mal hier weiter gehen. Mal gucken. Ach. Nein. Ja. So nicht. So nicht. Okay. So nicht. Ich muss dann glaube ich. Hier drüber sprechen. Genau. Sehr schön. Oh mein Gott. Okay. Alles klar. So. Sehr gut. Und zack. Und zack. Hier. Sehr schön. So. Ich will keine Milch. Verdammt. So. So. Ähm. Guck ich da hinten irgendwie hin? Da steht doch einer. Keine Ahnung. Haha. Und äh. Ja so langsam kriege ich hier. Ich glaube ich werde heute Nacht von Coruscant träumen. Was für ein krasses Level das ist ey. Hahaha. Alter. Bam. Bam. Ich will keine Milch von dir. Hahaha. So. Ach. Alles klar. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Äh. Komm hier hin. Kommt hier hin. Bam. Bam. Bamm. Sehr gut. Die leben immer noch. So. Oh geil. Powerlicht Schwert. Ich sehe gar nichts. Aber gut. Ähm. Jo. Dann die nächsten Gegner. Ach toll. Das war das falsche Item. Du willst mir wieder Milch andrehen hier. So. Ähm. Dann. Ach du Heilige. Äh. Ich hab halt kein Leben mehr hier. Yamachi. Yamachi. Ach du Heilige. So. Alter. Ja komm. Der lebt immer noch. So. Dann lass mich auf das Taxi hier drauf. Auf das Space Taxi. Oh man. Ich hab wieder kein Leben. Alter Schwert. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh man. Ach Leute. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wirklich nicht. Ich hab wieder kein Leben mehr. Ach. Ihr nervt. So. Meine Güte. So. Yamachi. Ja komm. So. Ach du Scheiße. Mann. So. Und ihr geht direkt kaputt. So. Alles klar Leute. Dann. Ja klar. Das Ding hol ich mir jetzt aber nicht. So. So. Meine Güte ey. Alter Schwede. Äh. Ach du Kacke. Ich komm hier ganz schön an meine Grenzen gerade. So. Warte mal. Oder wirst du was? Ich mach einfach hier und macht Stoß. Äh man. Jetzt geht doch kaputt. So. Alles klar. Jetzt hab ich ein bisschen mehr Leben hier. So. Ich hab hier mal gespeichert. So. So. Alles klar. Mein Güte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alter. Jetzt geht doch mal. Alter. Wenn die einen einmal haben. Dann ist es sauschwer da raus zu kommen. So. Aber hier. Alter. So. Alter Schwede. Einfach erstmal auf die Schwachen. So. Dann die. Die sind. Ja. Die sind eigentlich. Die sind stark. So. Okay. Meine Güte ey. Puh. Die halten nichts aus. Das ist schon mal gut. So. So. Jetzt mal auf den Tipp hören hier. Ein bisschen mehr die Schüsse nutzen. Wenn denn Fernkämpfer mal kommen. Äh. So. Meine Güte ey. Nochmal. Bei dem. Bleibt mir nichts anderes übrig mehr. So. Bei dem zum Beispiel. So. Ich kann halt auch nicht alles verteidigen. Aber jetzt. So. Alter. Okay. Taxi. Space Taxi. So. So. Genau. Die Szene ist schon echt heftig mit Coruscant gerade. Ähm. Ja. Okay. Weiter geht's. Und jetzt. Ah. Da kommt was. Okay. Oder was. Was zur Hölle. Was zur Hölle. Pff. Pff. What. Wo soll ich hin? Ah. Ich verstehe schon. Da drauf springen. Oder was. Ne. Hä. Hä. Leute. Ähm. Was ist das jetzt hier? Ja. Ah. Okay. Okay. Alles klar. Go. 30.000 Punkte mittlerweile. Ja. Ach. Da rechts. Ja. Woher soll ich das denn wissen? Bitteschön. Ey. So. Das ist ja schon wieder so einer. Die Musik ist wieder weg. So. Ein Checkpoint. Aber den kann ich aber nicht gebrauchen. Ist hier irgendwo. Ja. Immerhin. Immerhin. So. Ich muss glaube ich auf eins dieser Autos. So. Äh. Was? Ich bin doch da drauf gesprungen. Naja gut. Egal. Äh. Ach man. Jetzt kriege ich schon wieder Schaden von dem hier. Ja dann. Dann geh mir nicht auf die Nerven. So. Volle Macht. Na gut. Gut Leute. Ähm. Checkpoint. So. Nein. Scheiße. Oh Mann. Na gut. Äh. Äh. Pass mich in Ruhe. Pass mich in Ruhe Alter. So. Oh. Das war wieder Macht. Machtspielchen hier. Okay. Gut. Dann. Genau. Okay. Sehr schön. Oh. Noch so ein Kollege. Hätte ich da drauf gemusst? Alter. Shit. Oh Mann. Das ist doch bescheuert. So. Und bam. Kann ich mal ein bisschen mehr Leben kriegen? Danke. Danke. So. 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 Und jetzt. So. Da kann ich doch nicht hinspringen. Das macht ja auch keinen Sinn. So. Und dann hier drauf. Genau. Okay. Cool. Alles klar. So findet man sich den Weg. Quasi. Wo muss ich jetzt hin? Ah. Okay. Hallo Kollegen. Da seid ihr ja wieder. Oh Mann ey. Ach du Scheiße. Da geht es doch schon wieder ab hier. Oh Mann. Alter. Wenn die einen einmal haben. Wenn die einen einmal am Schlawickel haben. Hier dann. Ist das so schwer da raus zu kommen. So. Meine Güte ey. So. Alter. Wartet mal. So. Wartet mal. Ist da hin vielleicht noch eine Energie oder so? Wartet mal. Ui 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 ui. Okay. Hier muss ich weiter oder? Ah. Perfekt. Perfekt Leute. Wie geil. Wie geil ist das denn? Gut dass ich hier hingegangen bin. So. Dieses Powerlichtschwert ist schon echt geil. So. Da ist doch genau gereicht. Alles klar. Super. dann die reaktion manchmal ja die ist ein bisschen langsam aber so jede tempel wir kommen hoffentlich alles klar den bonus noch eben mitgenommen keine ahnung wo die ist da oben so das war doch schon wieder knapp so aber geschafft ok wunderbar eigentlich heilung das haben wir jetzt hier gut und hier beim bahn so das macht sehr schön wir sind eigentlich wieder voll alter schwede alter schwede so bam bam gut den haben wir gekriegt so dann müssen wir doch hier hoch genau perfekt und nun hier runter diese gegner kleinen grünen mädchen alter schwede ja mann nicht ja mann nicht sondern kämpfe das bringt nichts das bringt nichts ja komm dann dann mach das bringt wieder nichts so jetzt aber da komm alter dann komme ich jetzt halt hoch meine güte so und dann hier bam alter nein verdammt ja ok gute nahkämpfer sind das ne das sind extrem gute nahkämpfer ah hier geht es sogar weiter ach so ja das war ja die ecke genau so ok dann so dann genau so und dann hier bam hey hast du mal 8 so alles klar so bam bam alles klar bam bam meine güte ey so das ist ne medien 10 perfekt oh das ist jetzt aber unangenehm hier so bam bam na komm na komm bam ey treffen nicht so gut ne nur im nahkampf sind die echt stark oh Leute ja komm dann keine Ahnung was zur Hölle so ok schluss mal wie die im Kreis rennen da oben so oh man so ey der liegt immer noch so das ist jetzt ein schwieriger Sprung aber geschafft so alles klar Leute boah nicht schlecht die Schwierigkeit hier so Checkpoint den brauche ich aber nicht weil ich keine Credits mehr hab ey auch witzig oh geile Mucke da ist der wieder da ist der Typ da ey ja dann kämpfe ach du Scheiße was zur Hölle oh was ist das denn für einer der verschwindet ok der verschwindet einfach na toll eh der verschwindet einfach der verschwindet dann wieder ne genau und dann hier so alles klar ah man oh Leute scheiße er trifft mich aber ich ihn nicht oder was so weg mit dem so ok so ach du Heilige der macht eigentlich nichts Schlimmes als Granaten schmeißen ne so dann mach den mal weg alles klar wo ist er oh Toschwede ja klar ja klar alter du kannst nichts anderes außer Granaten schmeißen ne ja genau du kannst nichts anderes typi ey so weiter geht's hier nächste Stage boah der ist nicht schlecht ich schau euch den an boah der ist ganz schön schnell der ist ganz schön schnell Leute ey hallo ey wie soll ich den denn kriegen ach Leute was ist das denn für ein Typ ah vielleicht vielleicht hat der ein Muster irgendwie äh da muss ich jetzt gucken wie ich das mache äh Leute wie soll ich das denn machen mit dem hallo so einmal getroffen ok sehr gut hallo ich bleibe dir die ganze Zeit da hinten oder was ich muss einfach nur ausweichen hier der bleibt die ganze Zeit da hinten ne Moment mal komm schon hier hinten hin jetzt ach verdammt der geht ganz schön schnell weg so sehr gut boah so perfekt so da hab ich ihn zweimal getroffen sehr gut so perfekt ok ah jetzt jetzt kann er gleich schon nicht mehr ja was denn das ist doch schon mal gut jetzt haut er ab was zur Hölle so das reicht jetzt aber jetzt kommen hier noch seine Handlanger oder was so jetzt kommen hier noch diese Pisser hier so meine Güte ey what the hell was zur ja komm dann ach du heilige alter alter der hält ganz schön viel aus muss ich sagen der hält viel aus ja boah nicht schlecht nicht schlecht mit dem Boss Gegner hier alter Schwede wie lange denn ich hab ja auch keine Lebensanzeige bei dem Typen keine Lebensanzeige hier ey ha geschafft geil ok 1600 Punkte wir haben Coruscant geschafft genau zum Folgenende oh mein Gott Combo Award ja dann mach mal Energy Award ja Saving brauchen wir nicht sehr schön Leute oh wir haben Coruscant geschafft mit diesem komischen Söldner Boss ja mal gucken was es mit dem auf sich hat Ruinen oh ok wir sollen uns den Weg durch den Sumpf bahnen beim nächsten Mal Leute ok und den heiligen Platz der Gungens finden also mit Jar Jar Bings zusammen ok Leute dann würde ich mal sagen wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten mich sehr freuen und ja wie es dann hier im nächsten Level weiter geht sehen wir doch mal im nächsten Mal und ja dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag ne tschüss